Dieser Tage haben im Auftrag des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg die Bauarbeiten zur Sanierung der Spiel- und Freizeitfläche im Floraparkgarten begonnen. In zwei Bauabschnitten saniert die Stadt den bestehenden Spielplatz unter dem Motto Himmelsstürmer. Zuerst werden barrierefreie und generationsübergreifende Freizeitangebote im östlichen Bereich des Spielplatzes gebaut. Für rund 250.000 Euro gestaltet die Stadt den Freizeitbereich voraussichtlich bis zum Sommer um. Die vorhandene Arena, die Spielgeräte sowie Abfallbehälter werden zurückgebaut. Geplant ist ein Sportbereich für verschiedene Altersgruppen. Unter anderem eine Street-Workout-Kombination, aber auch verschiedene Trainingsgeräte wie Klimmzug und Reckstange, Multinetz, Hangelstrecke, Sit-Up-Bank, Barren sowie Push-Up und Pull-Up-Station. Alles ist für Menschen mit Einschränkungen über die miteinander verbundenen Flächen erreichbar. Außerdem aber auch beispielsweise für Menschen im Rollstuhl unterfahrbar und damit nutzbar. Ein Street-Ballplatz mit einem Ballfangzaun entsteht sowie ein klassischer Tischtennisplatz. Erstmals gibt es für eine Slackline-Vorrichtung einen dauerhaften Standort. Diese fordert künftig den Gleichgewichtssinn heraus. Verschiedene Holstecks und Betonblöcke laden zum Sitzen ein, aber auch ein Fahrradständer und Abfallbehälter ist gedacht. Die eigentliche Spielplatzfläche wird im Zuge des zweiten Bauabschnitts saniert. Bis zum Herbst entstehen Spielareale für die Altersgruppen zwei bis fünf und sechs bis zwölf Jahre unter dem Motto Himmelsstürmer. Auch der Rutschenturm mit Fallschutzbelag wird in Stand gesetzt. Die Stadt hat von Jugendlichen geäußerte Wünsche zur Schaffung von Outdoor-Fitnessangeboten berücksichtigt. Die Spielplatzsanierung im Floraparkgarten basiert auf der Prioritätenliste der Spielplatzflächenkonzeption der Landeshauptstadt Magdeburg.